Herzlich Willkommen auf dem Ralf-Mahr-Magazin. Heute ist wieder Samstag. Heute spielt Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt. Und da gebe ich natürlich meinen Tipp ab. Es ist wieder mal ein ganz wichtiges Spiel. Und es wird sehr, sehr schwierig werden für Borussia Mönchengladbach im Borussia-Park gegen Eintracht Frankfurt zu gewinnen. Was ich so in den Fangruppen von Borussia Mönchengladbach alles lese. Was Bekannte mir sagen. Wir sind ja alles Mönchengladbach-Fans. Ja, der Unmut gegen den Trainer wächst. Das ist in Mönchengladbach eigentlich gar nicht vorgesehen, sage ich mal. Aber auch der Unmut gegen den Herrn Wirkus. Viele Fans sagen, die sollen beide weg. Es werden immer mehr. Ja, das hat sich die Mannschaft natürlich verdient durch diese unglaubliche Anzahl an Gegentoren, die für den Gegner so einfach sind, dass alle sagen, das ist nicht Bundesliga-tauglich. Vor allen Dingen auch die Anzahl der Tore, die geschossen werden. Und dann direkt im Gegenzug fängt man sich einen Gegentreffer. Das ist wirklich nicht normal. Die Frage ist, woran liegt das? Und wer sind die Schuldigen? Liegt es wirklich am Trainer? Liegt es am Herrn Wirkus, was ich mir gar nicht vorstellen kann? Liegt es an der Mannschaft? Für Außenstehende ganz schwer zu entscheiden, woran es liegen kann? Man kennt keine Internas. Dennoch, was ich sagen kann, der Unmut wächst. Auch ich habe mich einige Male ganz furchtbar geärgert. Ist eigentlich untypisch für mich. Wenn der Gegner gewinnt, akzeptiere ich das. Vor allen Dingen, wenn er besser war. Aber es waren so viele Spiele dabei. Die Gegentore, die haben einen fassungslos gemacht. Es gibt sogar Radiomoderatoren, die gesagt haben, wie dumm ist denn die Abwehr von Borussia Mönchengladbach. Das gibt es doch nicht. Ja, das muss nächste Saison in jedem Fall besser werden. Heute muss ein Heimsieg her. Erstmal, um die Bundesliga zu sichern und damit die Fans ein wenig ruhiger werden. Ich tippe ganz positiv gestimmt auf einen 1 zu 0 Heimsieg für Borussia Mönchengladbach. Vielen Dank für den Besuch auf meinem Kanal. Bis zum nächsten Mal.